So ein Weltuntergucknis hat doch was ruht durch die ganzen falschen Töne wird's auch viel authentischer Also, wir können das hier auf die harte oder auf die weiche Tour durchziehen Oder die mittelharte Tour Oder die halbmittelschwere weiche Tour Oder die etwas harte, ein Fünkchen vertragte, weiche, schwierige Tour Hey, ich bin bereit! Hey! Das hier heißt das Lagerfeuerliedlied Selbst neu kann das Lagerfeuer, sieht das Lagerfeuerlied Das L-H-D-E-R-F-U-E-R-H-E-D-D-Lied Und das Lied geht noch für schneller, 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 schneller Schnellern, 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 Schnellern Seht euch das anfeuer, des Anfeuerlieds Das flieg geht noch viel schneller, denn jetzt an nur es vonndeht Seht euch das anfeuer, des Anfeuerlieds Und durch die ganzen falschen Stühle wird man viel auch klingt geschlagen. Ich hab' keine falschen Töne gespielt. Und durch die ganzen falschen Stühle wird man viel auch klingt geschlagen. Und schon alter Freund, worauf wartest du noch? Jetzt geht's los! Hahahaha, du sollst erst unter Kumpelscheid und Wassichol. Untertitelung des ZDF, 2020